NEIN! Was? Bist du so weit hinten? Ja, mein Pferd ist ja im Viertel. Nein! Ja, Mann! Ausrüstung! Wow! Oh, da kommen die Ersten, da kommen die Ersten! Ja, irgendwie sind sie mega schnell. Ich bin noch im Jahr. Oh, shit! Amelie! Amelie hat teilgenommen. Warte! So, guten Morgen ihr drei! Ich hoffe ihr habt alle sehr gut geschlafen. Habt die Nacht überstanden. Ja, wie ihr sicherlich wisst, ist heute eure erste Challenge. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, was für eine Challenge ihr machen müsst. Ja. Ihr drei werdet heute gemeinsam gegeneinander mit anderen Teilnehmern kämpfen. Ihr werdet bei einem Championat teilnehmen müssen. Das Ziel dabei ist es, ihr müsst eine bestimmte Platzierung belegen. Nur dann bekommt ihr die bestimmte Anzahl der Sterne. Okay. Wer von euch drei unter den Top 5 der Besten im Championat ist, der bekommt 5 Sterne. Sollen es mehr Leute sein, die unter den Top 5 sind, bekommen jeweils alle die 5 Sterne. Die, die über den Top 5 sind, bekommen keinen Stern. Habt ihr dazu noch Fragen? Nein. Nein. Okay. Wollt ihr an dieser Prüfung teilnehmen? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. oben. Einen schönen Watson. Nao auch noch an der uleucht. und Nao auch noch. Thing sind wir mit dem Los Angeles. Dich. individually. Wirнымherden. So, das hier wird euer Championat werden. Das ist sozusagen Jorvik-Championat. Also es ist am Jorvik-Stahl und es ist das Jorvik-Championat. Hier werdet ihr gemeinsam mit vielen anderen Leuten teilnehmen. Ihr wisst Bescheid, ihr wisst die Regeln. Wer es nicht schafft, verliert und bekommt keine Sterne. Ich wünsche euch viel Glück. Ich muss mich konzentrieren, okay? Sonst war kackig. Ich glaub ich bin wirklich, werde in wirklichen 5. Oh mein Gott. Ich bin echt mal gespannt, wer von euch wirklich ist unter den Top 5 schafft. Ich hab's noch nie geschafft. Ich hab's gerade voll überholt. Ich bin voll hin. Es ist mies, ich kann nicht sehen, welchen Platz ich belege. Ja, ich auch nicht. Habt ihr Interface aus? Ja. Ihr könnt auch mich anlassen. Zu spät. Ja, macht's wieder alles, mir doch egal. Nein. Stoppen wir. Ihr könnt einfach auf F1 drücken. Ja, als wenn ich jetzt F1 drücken kann. Nein. Oh, war das Aurora? Bist du hängen geblieben? An der Ecke, Alter. Ich hab das nicht mehr berührt. Du wirst nicht mehr. Können wir ein anderes schon genannt werden? Ja. Okay. Aber guck, sie überholt mich gleich schon wieder. Lex, ich wette. Was? Bist du so weit hinten? Ja, mein Pferd ist Level 14. Es ist Level 15, aber mein Ding ist schlecht. Also mein Equipment. Ja, das stimmt. Wir haben alle das gleiche Equipment, Mann. Stimmt. Das ist so schwieriger. Der Equipment ist scheiße. Nein, das ist doch mal überholt mich. Nein. Ich bin damit das Letzte. Ich bin hinter euch beiden. Nein. Ja, Mann. Ja, du bist weggeblieben. Ich glaube, es schafft einfach gar keiner unter den Topfen. Nein, allein schon wegen unserer Ausrüstung. Nein. F***, Alter. Sorry. Scheiße, ich bin da nicht. Ui. Ich glaube, ich mach die Abkürzung. Nein, ich riskiere es nicht. Ich hab es noch nie geschafft. Nein, also. Nicht so. Was ist denn heute noch? Es geschafft. Ich hab die Abkürzung geschafft. Was? Dann müsste ich ja... Ich hab die auch geschafft. Ach, scheiße. Er überholt mich sicher noch. Pack ihn in meine Form. Oh, da kommen die Ersten. Da kommen die Ersten. Ja, irgendwie sind sie mega schnell. Ich bin noch im Jala... Ähm, im Jala- Oh, da sind die Ersten drei. Da kommt die vierte, fünfte... Oh, na, na, na. Das zieht ihr... Oh, shit. Ameliea. Leute, Ameliea hat teilgenommen. Leute, Leute. Ja, ich bin... Lauf! Lauf! Ja, ich bin im Ziel. Pamela ist... Oh, mein Gott. Pamela ist, glaube ich, sechste. Kann das sein? Nein, weh! Nee, okay, also ich hab die Aufnahmen geschlossen. Mal gucken. Ich auch. Mal gucken, Interface wieder an. Nein, jetzt sehe ich nichts. Okay, wir werden warten. Ich kann es nicht filmen. Auf welchem Platz ihr seid. Ja, auf welchem Platz ihr seid. Deswegen. Ich bin sechste. Ich bin die siebte. Ich bin die siebte. Wow. Lecken, Leute. Ich bin Platz 10. Nein. Ich hab's auf Aufnahmen auf jeden Fall. Dann kommt mal mit. Scheiße. Können wir bitte ein anderes Championat machen? Ruhe, nein. Nein. Das ist schon gut. Niemand. Ja. Für mich nicht. So. Das ist noch mal. So, scheinbar hat niemand von euch die Challenge bestanden. Ich muss sagen, Pamela, du bist haarscharf an dem fünften Platz vorbei. Bist leider sechste. Aurora, du warst siebte. Und Anni, wie viel Platz warst du? Sie war zehnte, oder? Zehnte? Ja, das muss man sagen, ist etwas ärgerlich. Aber okay. Somit bekommt keiner von euch. Mein Pferd ist gegen die Sch*** dran. Tut mir leid. Somit hat keiner von euch die Prüfung bestanden. Und werdet alle somit mit 0 Sternen nach Hause gehen. Tut mir sehr leid. Ich bin auch ein Pferd. Mensch. So, die heutige Prüfung habt ihr nicht bestanden. Aber es erwarten auf euch noch einige Prüfungen, wo ihr dort noch gut abschneiden könnt. Deswegen seid nicht allzu traurig. Und ich würde sagen, sehen wir uns morgen wieder. Tschüss und gute Nacht. Tschüss. 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 Tschüss.